Letzter Turner am Barren ist Koji Gushkin, der Olympiasieger von Los Angeles, Vize-Weltmeister von 1983 Budapest, der so viel Pech hatte hier bei diesen Titelkämpfen in Montreal. Nur 13. im Einzelmehrkampf, aber hier am Barren hat er die drittbeste Vornote. Hoffentlich, hoffentlich, sage ich, gewinnt er zwei Tage vor seinem 29. Geburtstag eine Medaille. Der große, alte Mann, wenn man so will, des internationalen Kunsthauses. Er war lange verletzt nach seinem Olympiasieg. Alle würden es ihm gönnen. Bisher ist es gut gelaufen. Jetzt noch den Abgang stehen. Ja, mit 9,95 wäre er Weltmeister. Ja, vielleicht, vielleicht wissen die Kampfrichter und auch der Präsident des internationalen Donnerbundes, Juri Zitof aus der Sowjetunion, worum es hier geht. Vielleicht erleben wir zum Abschluss einer großartigen Karriere Kochi Gushikin noch einmal auf der höchsten Stufe des Siegertreppchens. Wie gesagt, alle, alle würden es ihm gönnen. Nein, das hat nicht gereicht. Nur 9,9 Punkte für Kochi Gushikin. Wenn es darum geht, andere zu betrügen, sind sie schneller bei der Hand.